So, und jetzt, meine Freunde, sind wir hier, das ist alles richtig, bei der Bauchpresse-Olympiade 2019 mit meinem Ehrengast Kali Kugelblitz. Grüß dich mal besser, oder? Bist du ready für den Waschbrett-Plauzen-Sixer? Da würde ich mal sagen, let's go, mein Freund. Einfach durchziehen. Einfach hochziehen. Aber er hat wirklich so lange gekräht in den Mann, dass diese Vorrichtung zu klein ist für ihn. Aber das ist alles egal. TV-Plauze, einschalten, abonnieren, anerkennen. Jawohl, Kali, zieh hoch, das Ding. 20 Kilo sind noch gar nichts. Wir erhöhen das Gewicht dann auf 30, 40 Kilo. Hau mal mit dem Ding. Du hast wirklich lange Beine. Versuch dann vielleicht mal ein bisschen noch mit dem Rücken hochzukommen. Ein Stückchen, ein Stückchen, geht das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was sind die für lange Beine? Wie groß bist du? 1,90? Ja, so ungefähr. Wahnsinn, du hast aber extrem lange Beine. Du kannst als Männer-Modell auf Laufsteg arbeiten, ne? Kommt noch. Mit diesen langen Beinen. Und Kali, spürst du schon die Spannung hier in der Plauze? Ist das schon für dich spürbar? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, mach doch noch mal ein paar. Dann erhöhen wir das Gewicht gleich. Zwei noch, auf. Jawohl, Kali, noch ein. Ah, jawohl. So, und jetzt werden wir das ganze Gewicht erhöhen hier. Das war nämlich jetzt hier nur der Aufwärmgewicht auf 30 Kilo. Also hier, meine Freunde. Kali, kurze Pause, weiter geht's jetzt gleich. Und du hast dem Plauze neue Marketing-Tipps gegeben, Promotion-Tipps, dass er sich verbessern kann. Natürlich. In seiner Positionierung, ne? Ich soll Personal Coaching machen im Thema Selbstbewusstsein, Stärke. Jawohl. Jawohl. Weil das das Spezialgebiet von dem Plauze ist. Ne? Und der Kali Kugelblitz wird dann mein Manager in Späh. Und der Michael wird gefeuert, oder? So, Kali, jetzt zieh nochmal durch hier, komm. Für die Fans. Ziehst du nochmal hier, für die Fans jetzt durch. 30 Kilo. Das Cruiser-Gewicht mit dem Welt-Schwergewicht hier. Auf, Kali, komm. Gönn dir jetzt nochmal die Scheiße. Jawohl, Kali, komm. Und, komm, da geht noch einer. Einer geht noch von. Jetzt wollen wir das Gewicht nochmal runterstellen, und dann machst du nochmal. Machst du jetzt nochmal auf. Machst du nochmal zehn Stück jetzt. Auf, komm, jetzt ganz leicht. Jetzt komm. Ja, das ist die Spezial-Taktik von Herrn Plauze. Zieh durch, komm, Kali. Alles. Gib alles. Alles für die Fans. Das ist der berühmt-berichtige Arnold Schwarzenegger. Taktik mit hohem Gewicht, niedrigem Gewicht, mittlerem Gewicht zu arbeiten. Und das wird auf jeden Fall seine Resultate zeigen, weil der Muskel 100% darauf angesprochen wird. In diesem Sinne, meine Freunde, hat mich gefreut, an einer neuen Ausgabe teilzunehmen mit Kali Kugelblitz, und Plauze, nur live und exklusiv bei TV. Plauze. Genau.